Hurra, jetzt haben wir also den größten Deal aller Zeiten. Donald Trump hat heute gesagt, es ist einer der größten Deals aller Zeiten im Handelsstreit. Nun ja, wir wissen noch nicht mal so genau, was für ein Deal es ist, was da dazugehört und was nicht. Und wahrscheinlich wissen es die Beteiligten auch nicht. Schauen wir uns mal die Tatsachen an, die hier bekannt sind. Wir haben Key Points, die Eunice Yoon, CNBC-Korrespondentin in Peking, bei der Pressekonferenz, die ja heute überraschenderweise einberufen wurde, mitgebracht hat. Da sagt sie, ja, es gibt einen Phase-1-Deal. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Die USA haben zugestimmt, bestehende Zölle zurückzufahren, vielleicht. Und wir haben dann eben, dass China mehr US-Produkte kauft, ohne Zweifel. Das ist eine der Aussagen eines der vier beteiligten chinesischen Vertreter heute, ohne Zweifel. Und wir haben dann Donald Trump, der die Zölle, die jetzt der Wochenende angestanden hätten, abgesagt hat. Und er hat die bestehenden Zölle von 250 Milliarden Dollar, die vor dem September in Kraft getreten waren, die hat er unangetastet gelassen. Die 15%-Zölle auf etwa 150 Milliarden Dollar Importe, die hat er von 15 auf 7 gesenkt, also halbiert in etwa. Mithin hat er also weiterhin dieses Druckmittel. Schauen wir uns aber mal an, was jetzt eigentlich hier relevant ist, was interessant ist. Wir haben zum Beispiel, wie die Chinesen gesagt haben, ja, wir haben uns geeinigt, dass wir uns einig sein wollen und dass wir dann den legalen Prozess, also praktisch den Vertragsprozess fortsetzen, was da bespricht, dass man keinen Vertrag hat. Da hat auch niemand etwas unterzeichnet seitens der Chinesen. Und vor allem, wir werden so die Chinesen good quality US-Products kaufen. Wir werden gut qualitative Produkte kaufen, so heißt es, nach Marktbedürfnissen, also nichts mit einer Festlegung auf irgendwelche Summe. Das hatten ja die Amerikaner gefordert, die Chinesen hatten das immer verweigert. Trump hat dann gesagt, ja, also ich bin sicher, dass die Agrarprodukte, die China kaufen wird, 50 Milliarden Dollar umfassen werden. Schauen wir uns mal an. Wir waren im Jahr 2014 über 20 Milliarden, seitdem da um die 20 Milliarden bis 2017 und 2018 etwa bei 8 Milliarden. Also es ist praktisch kaum möglich für China, zumal man eben ja noch andere Handelspartner hat, die man dann komplett abschalten müsste. Also so richtig logisch erscheint das nicht. Manche böse Zungen sagen, wie der amerikanische Chef des chinesischen Basebook oder des China Basebook, Miller, der sagt, ja, genau das hatten die eigentlich schon lange auf dem Tisch liegen und hätten sich schon vorher darauf einigen können. Aber es ist eben nicht passiert. Also es ist schon ein ziemlich absurdes Theater. Es ist letztendlich völlig unklar, was dieser Deal ist. Er ist nicht unterschrieben. Man will jetzt mit dem Phase-2-Deal schon beginnen, bevor man den Phase-1-Deal unterschrieben hat. Ein bisschen lächerlich alles, aber sei es drum. Für die Märkte vielleicht erst mal gut. Okay, wir haben jetzt diese neuen Strafzölle nicht für die Märkte nicht mehr gut, dass man sozusagen diese Hoffnungskarotte wahrscheinlich nicht mehr hat, die ja einen Anstieg nach dem anderen der US-Märkte vor allem begründen konnte, begründen musste, weil die Algos halt gekauft haben. Jetzt muss man wahrscheinlich komplett andere Gründe finden. Denn die Frage ist, was jetzt an den Märkten passiert, werden wir Gewinnmitnahmen sehen? Wird die Rallye weitergehen, weil jetzt diese Unsicherheit weg ist? Das ist die große Frage. Vielleicht noch ein paar interessante Beobachtungen. Zum Beispiel die EZB ist fleißig dabei, auch den amerikanischen Aktienmarkt zu helfen. Denn 156 US-Firmen haben Anleihen emittiert in Euro und faktisch kauft die EZB diese Anleihen dieser amerikanischen Unternehmen mit dem Geld, das die amerikanischen Unternehmen dafür einnehmen. Kaufen sie dann wieder eigene Aktien zurück. Also ein perfekter Teufelskreis finanziert dank der EZB. Wir sehen, dass wir heute ziemlich schwache Einzelhandelsumsätze gesehen hatten, obwohl der November ja eigentlich mit Thanksgiving ein starker Monat sein sollte. Nur 0,2 Prozent ohne Auto und Benzin wäre es sogar unverändert geblieben. Also das Konsumwunder in den USA ist nicht so wirklich der Fall gewesen. Wir haben interessante Konstellationen Gold zur 10-jährigen US-Staatsanleihe. Hier sehen wir, dass Gold auf dem tiefsten Punkt ist in Sachen 90-Day-Rolling-Correlation, also praktisch ein 90-Tages-Durchschnitt wie noch nie seit den 1970er Jahren. Die fette Druck, der Geld muss wahrscheinlich jetzt Ende des Jahres wahnsinnig viel Liquidität in den Markt pumpen, weil da so viel Liquiditätsbedarf zum Jahresende hin ist. Also es ist eine witzige Welt, in der wir hier der Fall sind, in der wir leben. Schauen wir uns ein paar Charts an, meine Damen und Herren. Die Charts, ich hatte es glaube ich heute Morgen schon erwähnt, die sind von Capital.com. Hier sehen wir den Nasdaq zunächst mal, da ging es runter, als dann irgendwie plötzlich nicht klar war, naja, was kommt da eigentlich. Zunächst ging es runter, weil Trump den Bericht des Wall Street Journal, der gestern ja gekommen ist, und der sagte, die Amerikaner werden 50 Prozent der Zölle streichen. Den hatte Trump per Twitter entschieden zurückgewiesen, das hat die Märkte ein bisschen verunsichert. Dann kam nichts Konkretes seitens der Chinesen. Bei der Pressekonferenz ging es nochmal nach unten. Jetzt der Versuch einer Erholung, wie geht es weiter? Das ist die große Frage. Schauen wir uns vielleicht auch den Dow Jones noch an. Der ist aktuell bei 28.147. Wir sehen hier der Versuch einer Stabilisierung. Was macht der DAX aus der ganzen Geschichte? Der natürlich auch diese ganze Brexit-Thematik mit verarbeiten muss und will. Man freut sich offenkundig, dass es jetzt sehr wahrscheinlich zum Brexit kommt. Mal sehen, was die Folgewirkungen dessen sein werden, nämlich das Brexit. Der DAX war heute schon über der 13.450er Marke, jetzt aber 13.318. Wir sehen, dass der Euro wieder ein bisschen zurückgekommen ist, nachdem man heute Morgen schon in Richtung 1.12 unterwegs war. Jetzt nur noch 1.1116. Wir haben Gold, das sich stabilisiert bei 1.474 und das amerikanische Crude Oil knapp unter der 90er Marke. Vielleicht zeige ich noch schnell hier den British Pound, nachdem Johnson ja gewonnen hat, sehr deutlich gewonnen hat. Hier sehen wir diese Euphorie. 1.35 war das britische Pfund zum Dollar und ist jetzt ein bisschen abgeperlt, kontinuierlich bei 1.33 und 1.35. Schauen wir mal, wie die Märkte jetzt agieren in der nächsten Woche, wenn die Karotte fehlt. Aber es gibt hier natürlich andere Gründe. Buybacks, dafür sorgt nicht zuletzt die EZB. Es gibt die Weihnachtsrallye. Es geht immer weiter nach oben und das ist natürlich auch gut so. Alle machen sich die Taschen voll, dass sozusagen die Differenz zwischen der Substanz, die eher schlechter wird und der Preise, die immer höher werden, ein bisschen merkwürdig erscheint und wir faktisch damit eine immer größere Inflation, eine Entwertung von Geld haben. Das ist auf einem anderen Blatt geschrieben. Ich wünsche jetzt jedenfalls ein schönes Wochenende und sage Servus und Ciao.